Am Dienstagabend lief das Staffelfinaleven, die Höhle der Löwen, einer der letzten erfolgreichen Deals, der Fensterschnapper vom Kandidat Detlef Sommer 56 aus Jena, Löwe Ralf Dimmel 50, sichert es ein Investition zu der Pegene eines Längenprozesses, Bild war bei Dimmels für Matschprodukte bei eHamburg und zeigt, was nach der Aufzeichnung von die Höhle der Löwen ist. Wieder Löwen, alles passiert, lesen Sie mit Bild Plus, wie ein Produkt aus DATF Sendung am nächsten Tag im Supermarkt landet.